Was geht ab meine lieben Wolken und herzlich willkommen zu einer neuen Wer bin ich? Halt die Fresse! Mit... Moin Leute! Ich bin's! Hässlich! Hey! Fand ich echt nicht nett! Ah! Also, wer bist du? Da sind sie? Ja! Äh... Ah, hell, ja! Hohenson! Hallo! Danke, Greifels! So, halt doch mal kurz wieder keinen Bock auf dich! Danke, Greifels! Stehen einfach... Mute dich einfach mal! Hohenson! So, äh... Einfach mal muten! Also, Leute, wir machen jetzt ein Wer bin ich? Ähm... Nur mit deutschen YouTubern... Ja... Äh... Ich hoffe, dass schon jemand überlegt... Machen wir mal wieder laut! So... Hallo! Ähm... Guten Morgen! Hast du... Hast du jemand überlegt? Äh... Ja! Okay! Ich auch! Du darfst anfangen! Ladies first! Ja, ähm... Bin ich männlich? Nö! Nö! Okay, f*** ich! Bin ich männlich? Ja! Mach ich Gamer? Ähm... Habe ich... Also, mir macht nur ein Jahr ohnehin die Frage... Habe ich über eine Million? Ja! Ja! Okay, ähm... Wohne ich oder arbeite ich im UFO? Nein! Ähm... Also, dann bin ich weiblich! Nee! Natürlich! Ähm... Mach ich Lifestyle-Videos! Ja, kann man so sagen! Ja, ähm... Ja! Habe ich über eine Million Abonente... Ja! Okay! Ähm... Ja, wir machen nur mit deutschen YouTuber... Beziehungsweise, YouTuberinnen... Aber es ist ja auch, es ist ja so! Ah, ich habe mich gerade nur wiederholt, du... Dreck doch! Wir holen so! Nennen wir so was! Ähm... Das wollte ich jetzt nicht sagen. Weil jetzt musst du piepen! Wie Minecraft, alles gerade Ficker! Ähm... Ähm... nicht über eine Million Abonnenten ja um und wenn man schon wieder so betrachtet was machst du mach ich beauty videos das ist ja eh schon ja bin ich da die nach alter scheiße die nein äh bin ich oh fuck Bibi ja aaaah brah brah shish frag mal weiter ja welchen Deu- mach ich minecraft? ja war ich bei Valro 4 dabei? ja bin ich krass? ähm was versteht jetzt und der Kass? nein bin ich gut in meinstuch oh ja doch geht so ja Wachen war Rotweiler? Wachen war Rot 2 dabei? ja Wachen war 1 3 ja ich glaub äh äh bin ich dumm oder bin ich dumm? du bist sehr dumm nicht dumm danke gleichfalls mach ich nur minecraft? du holst und schaust du grad auf youtube? äh google? nein die Pisse bin ich Herr Bergmann? was? Herr Bergmann? nein da ist wein warum vier nicht mal dabei? ne ja keine Ahnung ich hab warum vier von niemandem geschaut ohhhh halt die Pisse okay ne warte man die meisten wo ich kenn sind ach ey gib mir einen Tipp äh du hast keine Facecam willkommen ja ja schisch also schon über eine über eine Million ja schon längst lol eine Million wusste das wusste das äh ich wusste es gar nicht ja auch auch mal reden können getan haben werden ne so was ich nicht tun soll ach alter dieses deutsche Entschwerte ah alter so los geht's mit der zweiten Runde diesmal fang ich an weil ich krass bin und gewonnen hab englisch hab ich nicht gewonnen aber auch sagst einfach halt die Fresse ähm bin ich männlich? nein aha äh bin ich männlich? ja bin ich Let's Player? ja oder ja du machst auch Let's Plays auch okay ähm habe ich über eine Million Abonnenten? ja ich glaub schon ja äh bin ich im UFO? nein bin ich weiblich? ja lol also mach ich Beauty Videos ja ja doch ich glaub schon hab ich über 5000 äh 500.000 Abonnenten? ja halt die Fresse okay ähm mach ich nur Beauty? nein okay okay ähm habe ich eine Facecam? ja äh hab immer eine Million ähm ja du schon über eine Million hehehe ähm äh aber nicht nur ähm Dings äh nicht nur Let's Plays eigentlich nicht okay und ich bin auch nicht im UFO nein ähm boah scheiße man weißt du es gibt so viele boah boah ich hätte jetzt einen wer war war ich bei war auf 4 dabei? die Fresse ja warst du natürlich warst du das war ein Scherz hey boah 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 er hat eine Facecam ja ja du hast eine Gesichtskamera alter fuck ich bin ja auch mal wieder dran ähm ähm saraza nö fuck also langsam auch schon wieder alles vergessen was ich gefragt habe also ich bin weiblich habe über 5 äh 500.000 Abonnenten mach beauty aber nicht nur beauty mache ich so challenges und so zeug boah fuck ja ja ich glaube ab und zu auch schon ab und zu okay dann bin ich auf jeden fall nicht bibi bin ich ein mensch nein du ist dran ja natürlich man er versteht euch nicht mehr richtig dein scheiß internet mal wieder ich habe die ganze zeit nur irgendwas und irgendeine rauschen und wieder bub 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 und wieder rauschen alter was ist los was ist da los was ist da los aaa alles klar jo so können wir mal ein paar stunden warten flach kommt er wieder flach doch nicht wenn es ein internet am arsch ist kommt er nicht mehr war es eine schöne runde hallo hallo what the fuck du leckst immer noch bisschen aber es geht wieder okay cut es am besten mal raus ähm ne mach nicht ähm über eine Million Abonnenten männlich war bei Varoufya dabei und hat eine Facecam ja hallo ja ja okay ja sorry man man jetzt halt schon kev fick die bra- nein fuck habe ich nur habe ich einen Zweitkanal äh nein ok hey Digger aber kannst du denn sonst noch sein nicht im UFO der ist übrigens bekannt ähm ja also GLP hat ja keine Facecam ja und Palli ist im UFO ja es gibt nur ein Team in Wahrung 4 oder was ja mit schrei lauter ähm ja keine Ahnung gib mir einen Tipp er hat zwei Kanäle er hatte mal viel mehr ach nein mit dem Tipp habe ich eh schon total verraten eigentlich schon der Tipp war dumm ja ja hm ich sag nur auch hoffentlich ist es jetzt richtig sonst ist es so peinlich alle meine lieben ja ja gess war das richtig nein nein fuck der ist doch im UFO du scheiße du bist so dumm du bist so dumm du bist so dumm hey wer hat noch zwei Kanäle ich glaube jetzt sogar gerade mehr du bist der tipp du hast du hast einen hund was ist ein hund ich schwöre auf deine mutter nein ja du warst oder ich habe gedacht zwei kanäle oder viel mehr ungefilmt wer war großen erster ungespielt ja ich mache die verabschiedung also leute war mal wieder geil wer bin ich zu stoppen das heißt zum ersten mal es wird jetzt neues format kommt regelmäßig auf seinem kanal er bringt täglich videos nein nicht wenn es euch gefallen hat dann lasst bitte ein abo da und eine blaue hoch nein fünf pflaumen hoch bitte jeder von euch fünf pflaumen hoch dann kommt das nächste video also bei 50 daumen nach oben kommt das nächste video ein bis zum nächsten mal nein hat die fresse tschüss abonnt 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 Vielen Dank.